Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich glaube, es gibt zeitlich Essen, der muss wirklich schnell weg. Kurz danach mit der Umarsch an den Tag der Eröffnung des elektrischen Zugbetriebs. Wurde dem Zug ein Aussichtswagen, der sogenannte Kanzelwagen, beigestellt. Auch dieses Fahrzeug hat es in den Bestand des DB-Museums geschafft und wird hier in Koblenz der Öffentlichkeit gezeigt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020